Liebe Schach-Community, in diesem Video möchte ich euch den aktuell jüngsten Großmeister der Welt kurz vorstellen. Es ist Andy Woodward aus den USA. Er schaffte es mit 13 Jahren, 8 Monaten und 28 Tagen Großmeister zu werden. Offiziell ist das noch nicht, aber das ist nur eine Performa Sache. Er erzielte die letzte Großmeisternorm genau in diesem Alter, das ich gerade gesagt habe, genannt habe. Ende Januar bei einem Jungmeister-Turnier. Und er reiht sich ein in eine Riege von sehr namhaften Spielern. Da gucken wir mal. Wir sehen hier die zehn jüngsten Großmeister aller Zeiten. Da ist er jetzt die Nummer 10. Der jüngste Großmeister aller Zeiten ist natürlich Abhimanyu Mishra. Der ist inzwischen natürlich älter. Genauso wie die anderen Namen, die ihr da seht. Sergei Kayakin, Gukes, Sindarov, Pragnananda, Abdus Sattdorov. Sehr bekannte Namen. Das sind alles Leute, die heutzutage in der Weltspitze dabei sind. Neji, nicht mehr. Parimarian Neji war ein Wunderkind. Der ist ein bisschen abgetaucht inzwischen. Dann ein gewisser Magnus Carlsen, der acht jüngste Großmeister aller Zeiten. Wei Yi, der chinesische Großmeister, der ja Bike an See gewonnen hat dieses Jahr. Und dann Andy Woodward. Mir ist Woodward übrigens aufgefahren letztes Jahr schon. Da hat er nämlich bei der Junioren-WM, der U20-WM, Hans Miemann geschlagen. Und dann fiel er mir wieder auf Anfang des Jahres. Da hat er bei der Puzzle-Weltmeisterschaft mitgespielt auf Chess.com und da hat er in drei Minuten unglaubliche 61 richtige Aufgaben erzielt. Das ist Wahnsinn, wie schnell er war. Er ist dann noch bis ins Finale, gekommen und hat dann aber gegen Ray Robson verloren. Also er ist sehr schnell. In dem Alter ist man natürlich unglaublich schnell mit der Maus und am Bildschirm und kann sehr viele Puzzles lösen. So, natürlich werde ich auch eine Partie zeigen. Dazu kommen wir jetzt. Und zwar habe ich eine Partie rausgesucht aus einem Turnier. So, jetzt muss ich aufpassen, dass ich das hier nicht verrate. Gehen wir mal da rein. So, aus dem Turnier Spice Cup Ende letzten Jahres. Da zeige ich euch am Ende noch die Tabelle. Wie gesagt, der Titel ist natürlich noch nicht offiziell verliehen, aber es zählt schon. Es zählt schon in den Ranglisten. Es ist nur eine Performersache. Beim nächsten FIDE-Kongress wird ihm der Titel verliehen. Deswegen steht da jetzt noch IM. Die Partie hier ist aus dem Turnier Spice Cup Ende letzten Jahres aus den USA. Da spielt er mit Schwarz hier gegen den armenischen Großmeister Adam Hakobjan. Das war auch die Nummer 1. Der war auch die Nummer 1 der Setzliste in diesem Turnier. War eine sehr spannende Partie und deswegen habe ich die auch rausgesucht. Gehen wir rein. E4, C5 Sizilianisch und wir sehen gleich die Neidorf-Variante. Springer F3, D6, D4, Nimm-Nimm. Springer F6, Springer C3, A6. Neidorf. Läufer G5, eine der Hauptvarianten. Springer BD7. Es gibt natürlich auch andere Züge hier. Läufer C4. Dame B6. Dame B6 attackiert hier B2 direkt aus der Eröffnung heraus, vernachlässigt aber die Entwicklung. Man kann jetzt mit Weiß hier Läufer B3 spielen und Dame schlicht B2 verhindern. Man kann aber auch hier Ruhade spielen. Sehr interessant. Und den Bauern opfern. Dame schlicht B2. Greift den Springer an. So, bevor jetzt wieder welche fragen, warum sind hier die Bedenkzeiten nicht drin? Das liegt daran, manche Turniere sind nicht zu 100% in den Datenbanken mit Bedenkzeiten drin. Beziehungsweise auf der Events-Seite von Chess.com war diese Partie zum Beispiel 20 Züge kürzer als die tatsächliche Partie, wie sie gespielt wurde. Deswegen kann ich dir die Bedenkzeiten nicht anzeigen. Springer D5. Ab ins Zentrum. Droht Springer C7. Springer schlicht D5. Turm B1. Kleiner Zwischenzug hier. Greift die Dame an. Dame B3. Läufer D5. E6 hier. Greift den Läufer an. Das ist hier der Hauptzug. Andere Züge sind schlecht. Ich habe hier kurz überlegt, warum nicht Springer C5 zum Beispiel, um den hier zu decken. Dann kommt Turm E1. Und die Engine zeigt hier riesigen Vorteil für Weiß an. Es droht Turm E3 sehr stark. Und die Dame gerät hier in große Probleme. Das ist auch alles schon gespielt worden. E6 ist hier der Zug, den man spielen muss. Und jetzt kann man auch B7 nehmen. Läufer B7. Läufer B7. Turm B7. Springer C5. Das kam in einigen Partien vor. Und hier hat Weiß Kompensation nach Turm B6. Springer E4. Läufer H4. Verhindert hier so ein bisschen. Läufer E7. Da wird genommen. Da muss der König im Zentrum verbleiben. Weiß hat auf jeden Fall hier Kompensation. Hakobjan hatte sich für diese Partie was anderes ausgedacht. Er spielt hier Turm B3. Greift die Dame an. Und das scheint ein neuer Zug zu sein. Denn jetzt überlegte Woodward sehr lange. und spielte Dame C7. Und das ist ein Fehler. Und das ist natürlich auch typisch Neidorf. Hier muss jeder Zug sitzen. Ein Fehler. Und jetzt kann Bamm nach hinten losgehen. Warum ist das ein Fehler? Dame A5 ist hier besser. Der simple Grund ist, dann gibt es hier eine Fesselung auf der fünften Reihe. Und hier muss der Läufer zurück erstmal. Dame C7. Und jetzt Läufer E6. F E6. Springer E6. Wie in der Partie. Dame C4. Springer F4. Und Weiß hat Kompensation. Eine ähnliche Variante werden wir in der Partie sehen. Da steht der Läufer aber auf G5. Das ist der Unterschied. Deswegen ist hier Dame C7 ein Fehler. Der Läufer musste erst nach D2 im Prinzip gezwungen werden. Ja und jetzt dachte Hakobjan 10 Minuten nach und nahm raus. Läufer E6. F E6. Springer E6. Das ist natürlich klassischer Schach hier was ich zeige. Das ist ein klassisches Turnier. Ich habe die Zugzeiten gehabt nur für die ersten 40 Züge oder so. Aber das Problem ist, die Partie war dann zu kurz. Die war nicht bis zum Ende in der Datenbank. Und deswegen konnte ich die dann mit den Bedenkzeiten nicht nehmen. Irgendwie blöd. Tja. Die Dame muss ziehen. Dame C4. Greift den Springer an. So. Was macht man mit Weiß hier? Ihr könnt ja mal selbst überlegen. Was würdet ihr ziehen? Aber jetzt habe ich es auch so ein bisschen verraten eigentlich. Was Weiß hier ziehen muss. Weiß muss hier Springer F4 ziehen. Und dann Springer D5 hier. Mit schöner Kompensation. Schwarzer König in der Mitte noch. Und wenn der Läufer rauszieht. Okay. Dann bleibt der König. Dann verliert Schwarz das Ruchade recht. Das ist eine sehr, sehr taktische Stellung und sehr schwierig zu spielen. Okay. Was macht ihr hier? Hakobjan. Er nahm auf F8 raus. Springer F8. Und das ist ein dicker Fehler. Turm F8. Dame schlicht D6. Es droht Matt. Was würdet ihr hier ziehen mit Schwarz? Ich bin mir sicher. Hakobjan rechnete hier nur. Oder hauptsächlich mit Turm F7. Was aber ein Fehler ist. Wegen E5 hier. Mit großem Vorteil. Es droht E6. Oder auch Turm D1 hier. Gibt auch die Stockfisch an mit großem Vorteil für Weiß. Aber Woodward zog hier den König raus. König F7. Starker Zug. Er will hier weglaufen. Viel besser. Und Hakobjan überlegte jetzt ungefähr 40, 50 Minuten. Er hatte sich hier verrechnet. Und hatte König F7 irgendwie gar nicht auf dem Schirm. Am Anfang spielte er sehr schnell. Und jetzt bekam er schon in Zeitnot. Und er spielte jetzt hier E5. Problem ist aber. Die Stellung ist laut Stockfisch hier schon deutlich, deutlich besser für Schwarz. Okay. E5 droht so ein bisschen. E6. Dame E6. Und dann Turm F3 Schach. Oder so. Oder Turm F3 zuerst vielleicht. Und dann E6. Auf jeden Fall. Hier Turm E8. Starker Zug. Deck das Feld E6. Damit Weiß nicht E6 spielen kann. So und jetzt muss Weiß hier Turm schlicht B7 spielen. Der einzige Zug im Prinzip, der ihn überhaupt noch am Leben lässt. Läufer B7. Es gab hier laut Engine noch einen besseren Zug. Dame E6. Die Dame angreifen. Besser hier die Dame tauschen. Und den Bauern den Turm da stehen lassen. Turm C7. Dame D6. E D6. Und hier Läufer gegen drei Bauern. Ne Springer. Gegen drei Bauern. Aber Schwarz. Weiß hat hier viele schwache Bauern. Die kann er alle nicht vernünftig decken. angeblich klarer Vorteil für Schwarz. Na gut. Woodward nahm den Turm raus. Läufer B7. Dame D7. Schach. König G8. Dame schlicht B7. So. Weiß hat jetzt in diesem Moment Läufer um drei Bauern für den Turm. Das ist eine Menge. Aber Schwarz kriegt einen wieder. Turm A B8. Dame D7. Ja, viele Fälle hat die nicht. Und jetzt Turm E5. Läufer E3. Läufer um zwei Bauern gegen Turm. Das ist immer. Das hängt immer so ein bisschen von der Stellung ab. Konkret. Ob das genug ist. Eigentlich ist das genug materiell. Aber die Bauern sind schwach. Und auch noch angegriffen von der Dame. Also sehr problematisch hier die Stellung für Weiß. Turm E5. Gut, das gefällt der Engine nicht so sehr. Ist egal. Besser wahrscheinlich. Dame D5 vielleicht. Oder den Turm zurückziehen. Aber okay. Läufer Turm F8. Und hier Turm D1. Besser in dieser Stellung war hier für Weiß. Läufer D4. Tur Dame D5. Dame A4 zurück. Turm E4. Und hier C3. Und dann stabilisiert Weiß den Läufer hier auf D4. Und das hier sieht für mich doch relativ ausgeglichen aus. Mit dem starken Läufer auf D4. Gedeckt vom C3. Bauern. Sollte sich Weiß halten können. Also hier verpasste Weiß diese Stabilisation. Und spielte stattdessen Turm D1. Sagt man doch Stabilisation, oder? Stabilisierung. Dame C2. Jetzt fällt ein Bauer hier. Dame C2. H4. Macht ein Luftloch. H4. Deckt auch dieses Feld hier. Warum auch immer. H3 kann man auch in Betracht. Und jetzt Turm F8. Ja, warum geht hier Dame A2 nicht? Das müssen wir kurz schauen. Wegen Läufer D4 wieder. Und dann gibt es hier Probleme. Deswegen war H4 nötig. Der Turm kann nicht nach G5. Okay. Dann gibt es hier große Probleme für Schwarz. Er muss wahrscheinlich hier das Remis forcieren. Mit Turm F7. Schach. Turm zurück. Und Zugwiederholung. Stattdessen, wie gesagt, Turm F8. Die Türme verdoppeln hier. A4. Auch hier meckert die Engine A3 besser, damit er eventuell mit Läufer C5 gedeckt werden kann in bestimmten Situationen. Okay, A4. Dame G6 zurück. Turm D6. Turm 5 E6. Turm D4. H6. Luftloch. A5. König A7. Hier waren beide in Zeitnot. Turm D1. Turm E4. Greift den Bauern an. Turm D6. Greift wieder die Dame an. Turm 8 E6. Jetzt wird getauscht einmal. Turm schlicht E6. Turm schlicht E6. Dame D5 zurück. Ja. Das ist eine sehr interessante Stellung hier. Dame E4 ist sehr stark. Greift die Dame an und den Bauern A4. Dann wird Weiß gezwungen, die Damen zu tauschen im Prinzip. Sonst kommt, wenn die Dame wegzieht, kommt Turm G6. Das ist auch gefährlich. Deswegen Dame E4. Turm E4 mit Angriff auf den Bauern. Dann muss Weiß G3 spielen. Turm A4. Läufer B6. Und dann kommt der König über G6 direkt über die weißen Felder hier ins weiße Lager. Und das sollte gewinnen. So. Merkt euch das. Denn jetzt kommt ein sehr, sehr interessantes Endspiel. Super interessant. Schwarz spielte Turm E4. Greift den Bauern so an. Hier gibt es aber den Zwischenzug H5. Jetzt steht der Bauer auf H5. Der König kommt über G6 nicht raus. Dame E6. Tausch, Tausch. Läufer B6. So, wie gesagt. Der König kommt jetzt nicht über G6 raus. Turm E5. G4. Turm E4. F3. Turm E2. Der Turm steht hier super. Sperrt den weißen König ab. Aber die Bauern stehen jetzt richtig und korrespondieren sehr gut mit dem schwarzfeldigen Läufer. Weiß hat Kontrolle über die weißen Felder. Und der Läufer soll versuchen immer die schwarzen Felder zu kontrollieren, damit eine Barriere entsteht für den gegnerischen König. Wir werden gleich sehen, worum es geht. König F1. Turm A2. Der Turm natürlich bleibt auf der zweiten Reihe. Sperrt den weißen König ab. König G1. Weiß wartet ab. Schwarz muss jetzt mit dem König rankommen. König G8. König F1. König F7. König E1. König F6. König F1. König E5. Wir dürfen natürlich jetzt nicht zulassen, dass der König über F4 reinläuft und den F3 schlägt. Deswegen Läufer C7 Schach. König D5. Und jetzt kommt eine sehr interessante Situation. Diese Stellung ist ausgeglichen. Aber es ist unheimlich schwierig, das hier als Mensch überhaupt zu finden. Auch wenn man viel Zeit hat. Das ist Table Base Schach. Das ist so, man schmeißt die Engine an und die sagt dann, das ist Remy, das ist verloren, das ist Remy, das ist verloren. Und als Mensch guckst du da und denkst du, okay, warum? König E1 spielte hier H-Kopi an und das verliert. Wir werden gleich nochmal zurückkommen zu dieser Stellung, damit wir was lernen. Und schauen, wie weiß hätte Remy halten können. Und warum ist König E1 überhaupt verloren? Turm C2. Das ist der Gewinnzug. Greift den Läufer an. Läufer B6. Und jetzt König E5. Und weiß hat ein Problem. Er kann nicht Läufer C7 spielen. König D1. Gut, man kann hier natürlich auch Läufer E3 kurz checken. Das habe ich nicht gemacht zuerst, aber dann kommt Turm A2. Ja, greift den an. Und auf Läufer D2 kommt der König hier rein. Und dann gibt es Zugzwang. Zugzwang ist sowieso hier das Mittel der Wahl irgendwann. Und auf König D1 ist das Problem. Also nochmal Läufer E3. Dann kommt Turm A2. Und wenn Läufer B6 kommt, dann habe ich König E4. Und gewinne den Bauer. Und auf König D1. Turm C3. Greift den Bauern an. König E2. König F4. Das ist der Unterschied. Kein Läufer C7 Schach. Kein Läufer E3 Schach. Ich gewinne den Bauern F3. Läufer D4. Turm schlägt F3. Läufer E5 Schach. Warum macht er das? Der nimmt das sowieso auf G4. Er hätte eigentlich auf G7 sofort nehmen sollen. Aber dann kommt das gleiche wie in der Partie. Wahrscheinlich der, der, der. Und sollte gewinnen. Wobei Läufer D2 hier. Warum hat er hier nicht Läufer G7 gemacht? Das hätte ich natürlich analysieren müssen. Zack. Vielleicht den hier. Zack. Turm E6. Ah, das ist das Problem. Das ist der Gewinn. Und jetzt hängen beide Bauern hier. Und Schwarz gewinnt. Das ist der Grund. Deswegen Läufer E5 Schach hier. Will ihn ablenken. Aber natürlich schlagen wir G4. Läufer G7. Turm F5. Jetzt haben wir ein ganzes Tempo mehr als in der Variante, die ich gerade gezeigt habe. Läufer schlägt H6. Turm schlägt A5. Der H5 läuft nicht weg. König D3. Turm schlägt H5. Läufer G7. König F3. König C4. Turm B5. Ganz wichtiger Zug hier. Sperrt den König ab. Und jetzt kommt der König einfach ran. Und Schwarz gewinnt. Läufer F6. König hierhin. E2. König C3. König D1. Läufer G7. König C1. Läufer F6. A5. Und hier gab Weiß tatsächlich auf. Die Partie auf der Eventsseite von Chess.com war nur bis zum 40. Zug oder so drin. Aber es ist logisch, dass die Partie bis hierhin gelaufen ist natürlich. So, wir gehen noch. Jetzt läuft der Bauer einfach durch offensichtlich. Wir gehen noch mal zurück zur Stellung nach. Hier, wo Weiß König E1 gespielt hat. Es hält Remi unter anderem König G1. Auf der Seite. Warum? Turm C2. Läufer G3. Das ist ein Unterschied. König D4. Läufer F2 Schach. König D3 habe ich geprüft. Und hier König F1. Turm Schach. König G2. König E2. So, man sollte meinen, auch das gewinnt hier für Schwarz natürlich. Aber hier gibt es eine völlig bekloppte Möglichkeit, Remi zu halten. Und zwar mit Läufer A7. Nicht Läufer B6. Läufer D4 hält auch Remi. Die Idee ist, über B8 Schach zu geben. Turm C4. Versucht, Weiß in Zugzwang zu bringen. Wenn König G3 kommt, kommt Turm C3. Gewinnt den Bauern. F4 geht nicht. Aber hier kommt Läufer B8. Verhindert hier Turm F4. Genau. Das ist nämlich die Idee. Wir müssen Turm F4 verhindern. Deswegen Läufer B8. Wenn wir hier in der Stellung nach B6 gehen und hier gewinnt Turm C4, weil Läufer C7 nicht geht. Und ich komme nach F4 und gewinne in F3. Das sind total versteckte Möglichkeiten. Für eine Engine problemlos. Wie die das berechnen, für einen Menschen super schwierig. Ich denke, Schwarz hätte die Partie eh gewonnen. Auch wenn Weiß hier König G1 gespielt hätte. Oder Läufer B6. Läufer B6 hält auch Remi laut Engine. Aber ich denke, wahrscheinlich hätte Schwarz trotzdem gewonnen. Mit reinlaufen. Rein praktisch ist das, glaube ich, nicht zu verteidigen hier für Weiß. Der König steht auch extrem schlecht. Ja. Und jetzt gucken wir mal an, was er bei diesem Turnier gemacht hat. Das war nämlich ein extrem gutes Turnier für Andy Woodward. Das war Ende des Jahres 2023. Der Spice Cup, den hat er nämlich gewonnen. Mit 7 aus 9. Der war in 8 gesetzt. Und hat dieses Turnier mit 13 Jahren gewonnen. Da waren einige Großmeister am Start. Ihr seht es hier. Da hat er noch 2,481 Elo gehabt. Richtig, richtig gut. Und wenn wir reingehen. Da hat er eine Performance gehabt von 2,652. Das ist natürlich fette GM-Norm. GM-Norm ist nämlich 2,601. 2,601 ist eine GM-Norm. Und natürlich muss man noch ein paar Großmeister haben. Ein paar Nationalitäten in einem Turnier. Da gibt es immer bestimmte Voraussetzungen. Wer sich für diese ganzen Details interessiert, die Titelträger zum Beispiel auch gar nicht kennen, der guckt auf Wikipedia nach. Ist nicht so spannend. Es gibt ein paar Voraussetzungen. Gut. Das war's. Andy Woodward. 13 Jahre alt. Wie viele Monate jetzt? 8 Monate. Und jetzt auch ein paar Tage älter. Nee, der ist jetzt schon 9 Monate in diesem Moment. Überall. Der wird dann im Mai 14, oder? Ja, irgendwo in drei Monaten. März, April, Mai. Im Mai wird er 14. Den Namen können wir uns merken. Wie viele andere auch. Es gibt so viele junge Talente zurzeit. Da kommt eine richtige Welle auf uns zu. Schach boomt. Auf der ganzen Welt wird super viel gespielt. Überall sprießen die Talente hervor. Ja, sehr schön. Es wird nicht langweilig. Es wird immer mehr und immer neue Namen tauchen auf. So. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Hinterlasst gerne einen Kommentar. Bis dann.